Wir haben Dienstagmorgen, 9 Uhr und ich gehe mit drei Freunden longboarden. In the back, man. Lol, es hat einfach voll die riesen Macke. Da. Was denn? Guck mal, hier ist voll die riesen Macke. Was hast du gemacht? Du hast mit Bohrer reingebaut. Nein, da ist mir gerade ein Stein reingefallen. Das ist viermal über die Kackdinger. So, an der Stelle ein ganz kurzer Cut, weil mir beim Schneiden aufgefallen ist, dass es sich extrem lustig anhört, wenn man die Audio drin lässt. Deswegen gönnt euch das jetzt mal ganz kurz. Cool. Cool. mein zimmer sieht etwas chaotisch aus und das muss weg so das ging jetzt etwas schneller als ich dachte deswegen muss jetzt die ecke ausgeräumt werden für den fall dass jemand fragt was es ist das war mal mein sofa und jetzt ist auseinandergebaut die letzten beiden Sachen sind so groß dass sie sie nicht allein daraus bekommen deswegen muss ich mir dann nachher Hilfe holen aber ich kann die anderen Teile schon mal runter tragen und zu guter letzt die Kiste so wir haben es jetzt geschafft fast alles ins Auto zu bekommen außer die beiden Teile für die müssen wir nachher nochmal fahren das ist eine Kiste und da sind nochmal Sachen drin und dann das ist Sitzteil A Sitzteil B Rücklehne B Kissen andere Kissen da drin Rücklehne A Liege Teil Erweiterung sooo sooo ähm ich hab grad das Sofa aufgebaut und habe ein wunderschönes Trinkgeld bekommen dafür dass ich ihm das Sofa aufgebaut hab und ich wusste nie dass sie eine Frau ist und jetzt weiß ich weil da Licht ist damit man nichts sieht was man alles so lernt wenn man vloggt äh magst du ein paar Maltesers haben? also nicht leer machen ne weil ich bin zwar nicht bei mir an ich kann sie ruhig eine Handvoll oder so nehmen essen paar lassen wir aber noch ein paar drin ok? nachher sooo ich bin hier gerade am schneiden und Kone kommt rein und guck mir mal Tesa und Luftschokolade und alles ist vorbei weil eh alles schlecht wird